Ich bin jetzt seit Juli 2018 bei Deister. Ich mache die Ausbildung als Mediengestalterin im Marketing-Team. Somit habe ich sehr vielfältige Aufgaben. Wir sind im Print-Bereich tätig, Online-Bereich, 3D, Presse, Social Media. Wir kriegen sehr viele verschiedene Schulungen in den unterschiedlichen Feldern. Sei es jetzt Photoshop oder InDesign, Fotografie, SketchUp. Ich beschreibe Deister auf jeden Fall als Familienunternehmen. Viele können sich ja darunter gar nichts vorstellen und dann erkläre ich das halt so. Man wird halt von vornherein gleich integriert, man fühlt sich nicht ausgeschlossen. Es macht sehr viel Spaß mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Man kann jederzeit zu jedem hingehen und fragen, hey, kannst du mir helfen? Sehr, sehr nettes und soziales Umfeld für mich persönlich. Wir sind auf jeden Fall immer mit Tätigkeiten beschäftigt, die unserer Ausbildung dienen und sind halt nicht die typischen Kaffeekocher. Hier gibt es halt auch nicht diese extremen Hierarchien. Also der Auszubildende wird genauso gut behandelt wie der Vertriebler meinetwegen. Und wenn ich das jetzt auf die Ausbildung beziehe, würde ich auf jeden Fall sagen, dass Deister bis jetzt mein bekanntes, bestes Ausbildungsunternehmen ist. Also mir gefällt eigentlich alles. Ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, gefällt mir gar nicht. Man kann auch mal ein paar Späße machen. Es ist nicht nur immer alles streng. Macht Spaß hier zu arbeiten, auch in dem Team auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr, sehr wohl und hoffe natürlich, dass es in der Zukunft auch so bleibt.